Ein neuer Sturm zieht auf am Montag, aber nicht nur ein Sturm, sondern es wird auch auf einmal frühsommerlich warm mit Werten von bis zu 20 Grad oder sogar vielleicht darüber. Aber schauen wir mal, was passiert. Am Montag kommt ein Sturm in Deutschland an, der zieht durch den Englischen Kanal und da gibt es Windspitzen bis 100 kmh im Norden und auch im Westen Deutschlands. Im Rest gibt es dann so bis 80 kmh, aber es ist sehr stürmisch am Montag, also Vorsicht bitte, insbesondere der Bahnverkehr könnte auch gestört sein. So, dann geht es weiter am Dienstag, es bleibt stürmisch und so richtig lässt der Wind eigentlich erst am Mittwoch oder nach dem Mittwoch nach. Wir sehen in der Mitte noch ein bisschen was und im Norden auch noch ein bisschen was. Das heißt, es ist sehr stürmisch am Anfang der Woche und wenn wir mal auf die Temperaturen gucken, dann sehen wir auch einen Aufrund ab. Von Sonntag auf Montag sehen wir eine richtige Warmluftwelle, die ankommt und plötzlich haben wir 20 Grad, vielleicht sogar mehr als 20 Grad im Süden und auch sonst ist es sehr, sehr warm in Deutschland plötzlich. Aber wenn wir da mal 24 Stunden weitergehen, dann sehen wir, ja, ist alles wieder weg, also die Temperaturen stürzen um bis zu 10 Grad nach unten. Ja, und damit haben wir wirklich nur einen kurzen Tag, den Montag, wo es richtig frühsommerlich warm wird. So, also da muss ja richtig was passieren. Wir haben im Übrigen auch wieder Frost in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwoch selber, ja, sind die Temperaturen einstellig. Es ist nicht sonderlich kalt, aber auch nicht sonderlich warm. So, also es muss was passieren. Das sehen wir auch hier, es kommt erstmal eine Warmfront, da regnet es und dann kommt am Dienstag eine scharfe Kaltfront rein. Und deswegen geht dieser Sturm da auch weiter. Und ja, danach haben wir auf jeden Fall mal sowas wie Schneeregen oder vielleicht sogar Schneefall zu erwarten in der Nacht zum Mittwoch. Das heißt, es geht ziemlich hin und her. Das sehen wir auch hier auf der Prognose für Deutschland. Es geht tatsächlich rauf und runter mit den Temperaturen und gegen Ende März sehen wir, dass die Temperaturen sich auf einem etwas niedrigeren Niveau einpendeln werden. Leicht unter normal die Temperaturen, aber das ist ja eigentlich auch die Vorhersage für März. Also es geht in den nächsten Tagen hoch und runter und es wird sehr, sehr stürmisch. Bitte aufpassen und danach beruhigt sich das Wetter langsam wieder. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.beisert.com. Bis zum nächsten Mal.